Wir blicken zurück in den Oktober 2009. Heimspiel gegen Hertha BSC. 2-0 am Ende und an beiden Toren war ich direkt beteiligt. Wie das aussah? Seht's selbst. Elfter Spieltag der Saison 2009-2010. Das Schlusslicht aus Berlin ist zu Gast in Dortmund. Die Partie beginnt mit einem Schreckmoment. Dede verletzt sich nach dieser Aktion am Kopf, wird anschließend mehrfach behandelt und nach rund 15 Minuten von Schiedsrichter Felix Brüch überredet, das Spielfeld zu verlassen. Für ihn kommt Marcel Schmelzer. Nach 60 Minuten gibt's Eckball für Borussia Dortmund und einen Pfiff von Felix Brüch. Elfmeter für Schwarz-Gelb, weil Gojko Kacar Patrick Ovomoyela hier festhält und zu Boden zehrt. Nuri Sahin gegen Jaroslav Drogny heißt das Duell, welches der türkische Nationalspieler für sich entscheidet. Der BVB jetzt in Front, die Berliner unter Zugzwang und fast mit dem Ausgleich in der 74. Spielminute. Lukas Piszczek hat aber kein Glück im Abschluss. In der Nachspielzeit ein weiterer Einwurf von Patrick Ovomoyela zu Lukas Barrios und der Humorlos zur Entscheidung, das 2 zu 0 in der 91. Spielminute. Der BVB gewinnt am Ende hochverdient mit 2 zu 0 gegen Hertha BSC. Der BVB gewinnt am Ende hochverdient mit 2 zu 0 gegen Hertha BSC.